Hallo, heute habe ich ein besonderes Goodie für euch. Ihr kennt ja bestimmt das Cutter Praxishandbuch, aber mit 300 Seiten ganz schön schwer. Und wenn man das im Urlaubsgepäck oder im Reisegepäck hat, das ist schon mächtig. Deswegen haben wir uns was für euch überlegt. Es gibt jetzt Cutter to go, kostenlos zum Download auf unserer Seite, zum selber basteln. Ihr ladet euch also einfach dieses PDF herunter, nehmt euch eine Schere, schneidet das entsprechend hier aus. Dann muss man die Seiten natürlich noch schnell sortieren. Genau, so. Dann nehmt ihr noch einen Tacker, tackert es euch zusammen und schon habt ihr ein wunderbares Mini-Büchlein zu mitnehmen mit den ersten 10 Seiten aus dem Cutter Praxishandbuch. Viel Spaß damit!